Zendaya Zendaya sah bei den BET Awards einfach unglaublich aus. Aber die Sängerin verkündete unerwartete Neuigkeiten. Sie ist nicht mehr bei dem Aaliyah Lifetime-Film dabei, in dem sie spielen sollte. Der Film sollte den Weg zum Erfolg und abrupt den Tod der Sängerin dokumentieren. Nun, der 17-jährige Disney-Star musste einiges einstecken dafür, dass sie die Rolle angenommen hatte. Und zwar von Aaliyahs Fans und Familie. Aber es schien, als wollte sie die Herausforderung annehmen. Daher schockierte die unerwartete Nachricht die Fans, als ein Sprecher der Schauspielerin sagte, dass sie nicht länger in das Projekt involviert ist. Des Weiteren erzählte Zendaya MTV, dass sie das Gefühl hatte, das Projekt sei nicht hundertprozentig da. Sie ist jemand, den ich so sehr verehre und liebe, da kann ich es nicht halbherzig tun. Oder nicht auf dem Standard, von dem ich denke, dass es sein sollte. Daher habe ich entschieden, es nicht zu tun, sagte sie. Rolle des Lebens oder nicht, wir sind sicher, dass Zendaya eine tolle Zukunft erwartet.